Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zu Project HiRise, mal eben mein Kopfhörer richten. So, jetzt kann es losgehen. Wir waren dabei, unser Gebäude zu erweitern mit mittleren Büros. Ich weiß gar nicht mehr, was wir hier in der Mitte machen wollten. Ich glaube, hier wollten wir weiterhin noch kleine Büros bauen, bis wir dann hier oben mal eine Etage ausbauen. Hatte ich das jetzt richtig in Erinnerung? Ich schaue nochmal kurz. Hier, das sind Apartments, die mittleren Büros gehen dann bis dort. Dann können wir dort eins drüber setzen und dann würden wir einen Platz vergeben. Bleiben wir erstmal dabei, dass wir mittlere Büros hier einrichten. Und hier können wir uns auch schon den ersten Mieter reinholen, weil wir ja in der letzten Episode hier unten unser Restaurant eröffnet haben. Unsere Pizzabude. Die glaube ich heute das erste Mal aufmachen, oder? Genau. Und hier können wir uns dann den ersten Mieter reinholen. Schauen wir nochmal kurz, was wir brauchen. Wir brauchen Legal, Medical, Financial und Creative für die Aufgabe. Was zahlen uns denn die Kreativen? Die wollen auf jeden Fall schon mal rein. Da zahlt uns hier einer 350. Elektrik, klar. Telefon, klar. Kein Problem. Prefers Upper Floors. Ja, das ist immer das Problem. Im Moment wäre er dann hier praktisch weit oben. Naja, eigentlich mehr in der Mitte. Aber wenn ich nachher noch 20 Etagen draufbaue, ist er ja nicht mehr oben. Werden die dann unzufrieden? Das ist die große Frage. Hates noisy areas, also darf nicht zu laut sein. Und hates noisy areas. Sollte also nicht direkt ein Restaurant daneben oder drunter drüber sein. Ist hier nicht der Fall. Also holen wir uns als ersten mittleren Mieter Bedrock Industrial Design ins Haus. Yay. Cool. Können wir hier im Prinzip auch direkt fortfahren. Machen wir uns die letzten beiden Kreativen doch noch, oder? Yep. Ah, hier unten haben wir es. Expect a janitorial service und commercial printing service. Jetzt müssen wir, glaube ich, beides noch bei uns ins Haus einbauen, wenn ich das richtig sehe. Dafür müssen die Jungs hier unten aber erst einmal kräftig ausbauen. Wie wäre es denn mal, wenn ihr hier runter geht und die Etage ausbaut? Hm, wäre doch ganz super, oder? Na ja, zumindest düsen sie da schon mal hoch. Mal ganz kurz schauen in den Anforderungen, die die haben wollen. Ähm, bop, 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 bop. Not present, no demands. Das muss, das war, ja, wahrscheinlich müssen wir abwarten, bis die eingezogen sind. Zum Beispiel dieser janitorial service, den möchten sie auf jeden Fall haben. Die neuen Mieter, not present, no demand. Abwarten. Wie sieht es überhaupt mit den Leitungen aus? Hat die hier schon alles verkabelt? Die hat die schon alles verkabelt. Wunderbar. Vorarbeiter wieder gut geleistet. So, jetzt schauen wir nochmal. Being close to an elevator is a plus. Sehr schön. Das ist also der erste mittlere Mieter, der jetzt im Haus ist. Arbeiten von 8 bis 19 Uhr. Mit drei Arbeitern, die noch auf dem Weg zur Arbeit sind. Hier unten haben wir keinen Strom mehr. Warum nicht? Weil wir nicht genug Strom produzieren. Dann müssen wir noch ein bisschen Strom produzieren. Das können wir uns hier momentan nicht leisten. Also holen wir uns noch einen kleinen Kasten. 60 produzieren wir. 56 werden verbraucht. Telefonleitung. Ach, Telefonleitung haben wir gerade erst mal die Hälfte verbraucht. Das ist gut. Und Wasserverbrauch ist, glaube ich, auch nur durch das Restaurant im Moment. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Schauen wir mal. Wasser. Ja, nur beim Restaurant. Genau. Die verbrauchen Wasser. Das ist klar. Kann aber auch sein, dass die Müll entsorgen möchten. Oder hätten wir hier noch Platz. Da könnten wir hier ja durchaus so eine Müll-Doponie einrichten. Okay, mal ein bisschen vorspulen. Da kommen die ganzen Arbeiter. Die ganzen Arbeitsbienen. Und Creative Professionals haben wir damit schon erfüllt. Jetzt hoffe ich, dass unsere Jungs runterfahren in den Keller. Die machen hier oben weiter. Bin hier jetzt nicht so toll. Denn früher oder später werden die dann meckern, dass hier die Büros nachts nicht gereinigt werden. Aber vielleicht meckern die noch nicht am ersten Tag. Das wäre gut. Kohle habe ich ja sowieso keine mehr, um das einzurichten. Hier unten das Restaurant läuft ganz gut. Die machen gut Umsatz. Wo sie gerade erst mal das Geschäft aufgemacht haben. 14 Uhr. Das läuft. Und so Restaurants, die produzieren richtig schön Bass. Hier unten die kleinen Restaurants, die scheinen auch zu laufen. Im Moment sind wir mit unseren Restaurants, glaube ich, oder können die zufrieden sein mit dem, was sie hier fortfinden. Plus 1 Influence, sehr schön. Weiß ich jetzt nicht, ob das von dem Büro kam oder von dem hier. Aber Influence brauchen wir ja auch noch ein bisschen, um das Inneneinrichtungsbüro zu bauen. Womit wir dann Kunstgegenstände und sowas kaufen können. Ja, die machen echt gut Geld. Also die können zufrieden sein. Müssen wir noch gleich darauf achten, ob die meckern, was den Müll angeht. Die haben noch nichts zu meckern hier. Sind in Ordnung. Smiley. Satisfaction. Okay. Und was machen wir hier? Wollten wir hier schon mittlere Büros einrichten? Zwei passen da rein. Dann hätten wir einen Raum frei. Was nicht so schlimm wäre. Dann haben wir da gut Umsatz gemacht. Das gefällt mir sehr gut. Auf jeden Fall können wir hier oben ein Büro einsetzen. Ein mittleres. Und holen uns dann entweder ein Financial oder ein Legal rein. Medical können wir glaube ich noch nicht. Genau Medical, weil die noch einen Drugstore brauchen. Den müssen wir dann auch noch unten in den Flur reinbauen, in die Lobby. Also ein Legal Office. Die wollen nicht, weil die mehr Restaurants haben möchten. Mehr mittlere Restaurants. Mehr Restaurants, die Dinner servieren. Und mehr Cafés. Ja, die haben ja wieder Ansprüche. Lieber Herr Gesangsverein. Sieht bei den anderen ganz genauso aus. Financial Office. Die möchten das auch nicht. Die haben im Prinzip genau das Gleiche. Die möchten noch einen Small Store dabei haben. Also müssen wir noch ein Medium Restaurant bauen, welches Dinner serviert. Kommt die Lobby weg, würde ich sagen. So. Restaurant. Ein Medium Restaurant, welches Dinner serviert. Passt du da rein direkt? Ja. Schade um die schöne Lobby. Aber das geht jetzt nicht anders. Breakfast, Lunch. Breakfast, Lunch. Sandwich Shop. Geht ja sicherlich nicht als mittleres Restaurant, oder? Salat Bar. So, wir werden einen Pizzaladen reinbauen. Fast Food Restaurant. Lunch and Dinner. Holen wir uns mal den Fried Chicken rein. Von Fried Chicken weiß ich, dass wir das noch nicht haben. Wir haben hier Hot Dog. Hier haben wir einen Kaffee. Und dort haben wir Sushi. Dann können wir dort Fried Chicken reinholen. Und ich will immer hoffen, dass das als Medium Restaurant gilt. Aber denke ich mal, von der Größe her. Das kommt, glaube ich, auf die Größe an. GXL Fried Chicken. 290. Okay. Brauchen da drüben aber natürlich noch Strom. Haben sie. Telefon. Brauchten sie nicht. Glaube ich jetzt nicht, oder? Nicht drauf geachtet. Wasser brauchen sie aber auf jeden Fall. Okay. Haben wir da schon mal ein größeres Restaurant eingebaut. Wenn die noch einen Kaffee haben wollen, dann könnten wir doch hier praktisch direkt noch einen Kaffee reinbauen. Haben die irgendwas gesagt zum Müll? Ja. Could not dispose our trash yesterday. Das heißt, wir brauchen mehr Trash Bins auf dem Flur. Was aber kein Problem ist. Wir erweitern unser Gebäude hier in die Richtung. Ah, das ist eins zu viel. Das wollte ich jetzt nicht. Okay. Dann können wir hier nämlich Trash Bins einbauen. Die brauchen wir früher oder später sowieso. Wenn wir in den oberen Etagen Apartments einbauen. Es reicht aber nicht nur hier eine Mülltonne hinzustellen. Wir müssen hier auch noch so einen Collection Room bauen. Den bauen wir aber auch wieder unten im Keller. Haben wir ja gerade für genug Platz gesorgt. Das sollte ja nicht das Problem sein. Müsst ihr schon hier hin? Ne, ist zu groß. Ist zu groß. Jetzt hört ihr wieder mit der Arbeit auf und macht da oben weiter. Na los Leute. Was ist los mit euch? Macht doch mal die Arbeit zu Ende. Hier alles anfangen und dann nichts zu Ende bringen. Jetzt haben wir vergessen hier am Anfang da einzubauen. Collection Room passt glaube ich schon rein, oder? Bam, Collection Room. Fertig. Hat er irgendwelche Ansprüche? Hätte ich jetzt nicht drauf geachtet. Wird sich sicherlich melden. Ach so, ja genau. Ein Mieter. Ach ja, können wir ja noch nicht. Genau, genau, genau. Können wir noch nicht wegen dem Restaurant hier. Welches aber schon fertig gebaut ist. Sehr schön. Die sind glaube ich sehr zufrieden. Ja, da laufen ja auch alle dran vorbei, die ins Gebäude kommen. Und ein kleines Café können wir dann hier auch noch einbauen. Das war doch der Bedarf. Café, oder? Genau. Café and Breakfast. Café and Lunch. Café and Breakfast. Gehen wir nochmal auf Café and Lunch, oder schauen wir erstmal. Diese wären Lunch, Dinner. Serves, Lunch. Café and Breakfast. Lunch. Lunch and Dinner. Also können wir glaube ich hier noch einen Kaffee reinholen, welches Breakfast serviert. Café, Breakfast. Holen wir uns doch hier White Mountain Kaffee rein. Café and Breakfast. Genau. Gut. So, damit können die jetzt auch ihr Müll entleeren. Das ist schön. Als nächstes brauchen wir aber noch hier diesen Janitorial Service, damit die mittleren Büros nicht meckern, wenn er nachts nicht geputzt wird. noch kurz in den Anforderungen, genau hier. Janitorial Service. Not present, but desired. Also reinhauen. Und die brauchen glaube ich auch Wasser. noch mal kurz gucken. Nicht drauf geachtet. Aber ich meine, die brauchen Wasser, ja. Braucht du Wasser. Okay, ja. Hier, Courier Service. Ist auch nicht mehr ausreichend da, habe ich gesehen. Kein Problem. Jetzt aber erst einmal Wasser verlegen. Dann können wir einfach hier die Leitung. Wie machen wir das am besten? So. 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 Dann stehe ich auf dem Schlauch irgendwie. Achso. Soll ich hier ein paar Leitungen rüberlegen. Was ist dann dorthin? Genau. Dann passt das. Strom brauchen die auch. Mein Gott. Könnt ihr nicht Strom von zu Hause mitbringen? Oder? Ja. Okay. Natürlich nicht. Dann würde ich dort noch einen Kasten hin. Soll ich was Strom verlegen können. Wie sieht überhaupt aus mit Strom? Da brauchen wir sogar noch einen neuen Stromkasten. Da brauchen wir bitte direkt einen mittleren hier hin. Können wir nämlich von den kleinen Kästen welche ausreißen. Obwohl, die können wir erstmal stehen lassen. Jetzt haben wir 110, die wir anbieten können an Strom. 60, das verbraucht wird. Ah, das passt schon. So. Wir haben noch irgendetwas, was benötigt wird. Commercial Printing Service. Nehmt die ganze Etage ein. Das heißt, dass wir jetzt erst einmal auch wieder erweitern müssen. Das ist ein Gebäude hier unten. Der Printing Service. Hier. Passt. Dann müssen wir noch Kurierservice einbauen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Genau, der Kurierservice reicht nämlich nicht mehr aus und der Kopierservice auch nicht. Können wir das irgendwie erweitern. Hier haben wir den Kopierservice. Können wir glaube ich nicht erweitern. Das wäre schön, wenn man jetzt irgendwie durch den Knopf und entsprechender Geldausgabe das erweitern könnte. Aber das funktioniert leider nicht. So, hier oben könnte man dann noch den ersten Legal Office reinholen, oder? Das erste Legal Office. Die sind nämlich zufrieden damit, was angeboten wird. Falls Storage Services brauchen die auch noch. Na super. Die sind noch nicht zufrieden, weil die noch Stores haben möchten. Okay. Aber die können wir uns schon mal reinholen. Puh, so langsam wird es dann doch stressig. Die brauchen eine Telefonleitung hier unten. Naja, gut. Das macht natürlich Sinn. Die angerufen werden. Kommen Sie mal vorbei. Hier kopieren für mich bitte. Das war jetzt Stromleitung. Mhm. Ja, aber Strom brauchen die bestimmt auch. Die bestimmt nichts dagegen. Warum reicht das jetzt nicht? Müsste doch reichen. Stehe ich jetzt wieder auf dem Schlauch. Wir können nicht funktionieren ohne Telefonlein. Ja. Deswegen habe ich eine Telefonlein gebaut. Ach, kein Geld mehr. Ja. Das ist dazu jetzt doof. Dadurch werden die Mieter unzufrieden. Commercial Printing Needed und Janitorial Service Needed. Die werden schon unzufrieden. Kein Wunder. Aber keine Kohle. Mal schauen, dass wir jetzt dann nachts Geld bekommen. Und dass die bitte hier weiter ausbauen. Ich weiß jetzt nicht, wo die wieder rumzuhauen. Die Arbeiter. Wir können eigentlich nichts mehr zu tun haben in den oberen Etagen. Ja, hier. Du bringst den Müll raus. Damit hast du zu tun. Hier hinten an der Ecke. Ist ja ein Ding. Machen wir lieber die Etage fertig hier. Hm. Hm. Es gibt doch eine neue Sache, die wir bauen können. Was haben wir denn da? Small Two Bedroom Apartments können wir mittlerweile bauen. Okay. Den Tagesumbruch abwarten. Und dann bitte... Achso, wir machen schon sauber hier oben in den Büros. Ich habe mich gerade gefragt. Was sind denn das für Leute, die hier rumrennen? Alles okay. Ist erlaubt. Okay. Was haben wir jetzt hier? Wir haben mehr Anrufe, als sie bewältigen konnten. Das gilt für Copy Center. Und für den Courier Center. Und für den Courier Center. Also, Couriers Service dahin. Und Copy bitte auch. Und dann haben wir die Probleme, glaube ich, erst einmal erledigt. Sodass sie dann heute wieder normal arbeiten können. Gut. Haben wir die Probleme hinter uns. Sehr schön. Das Pro sieht sogar anders aus, als das hier. Mhm. Unterscheiden die sich alle. Ob jetzt Legal Office oder... Was weiß ich hier. Medical Office oder Office oder sowas. Sehr interessant. Okay. Okay, soweit, so gut. Ich glaube, wir sorgen noch mal hier auf den Etagen für... ...mehr kleine Büros. Ja. Klingt nach einem Plan. Wir haben etwa die Etagen erst einmal gefüllt bekommen. Und noch ein bisschen zusätzliches Geld reinbekommen. Die kleinen Büros, die sorgen ja doch stetig für Kohle. Bei niedrigen Ansprüchen, möchte ich mal sagen. Mal kurz ausschreiben hier. Legal Services, äh... Creative Services. Aber Legal Service kann man schon mal reinholen. Passt. Passt. Stromleitung und Telefonleitung sollten im Moment kein Problem sein. Accounting Office können wir reinholen. Insurance Office. Ne, die zahlen mir eigentlich zu wenig. Versicherung möchte ich jetzt nicht mehr reinholen. Die zahlen mir ein wenig. Zu wenig. Creative Office. Genau. 180. Ena bitte rein. Nehmen wir natürlich die rein, die am meisten zahlen. 175. Ja, sind sie schon wieder fleißig am Arbeiten. Haben sie wenigstens die Etagen mittlerweile unten fertiggestellt? Nein, natürlich nicht. Nein, warum auch? Dann holen wir uns jetzt natürlich die rein, die am meisten zahlen. 150, 150, 160 Legal Offices. Zahlen nicht so viel. Also holen wir uns Accounting Offices rein. Das sind 160er und 150er und hier haben wir noch eine 155er. Gut, dann haben wir die Etagen doch wieder schön gefüllt. Die werden uns gut Geld bringen. Und natürlich für mehr Traffic sorgen und vor allem für mehr Einwohner. Ist hier gerade... Hat man nicht schon 5 Sterne gehabt? Ich meine, wir hatten schon 5 Sterne gehabt. Okay, dann haben wir bisher nur 4 Sterne gehabt. Ist ja kein Problem. Ist ja kein Problem. Aber soweit wir 100 Einwohner haben, kriegen wir dann einen 5. Stern. Gut. 6 Uhr morgens würde ich sagen. Zeit für Feierabend. An der Stelle machen wir einen kleinen Cut für die Episode. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir dann weiter... Erstmal weiter nach oben expandieren. Um noch ein paar mittlere Büros reinzubekommen. Sich zusehen. Ja doch, nach und nach. Wie gesagt, wir müssen ja noch ein paar Ansprüche erfüllen für die mittleren Büros. Und dann... Das wird schon klappen. Also, das war's für heute. Bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. 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 Bye-bye.